Ich kenne den König Ludwig. Hier seht ihr den König Ludwig. Nur der ist nicht mehr da. Dann rufen Sie mir leid, wenn es heute mir passt. Letztes Jahr glaube es hat es geregnet. Ich bin nicht mehr groß im Fernseher. Es ist nicht mehr investiert. Ja, na klar. Dieses Jahr ist traumhaft. Ich bin nicht mehr da. Wir hören Sie voll. So schnell. Ich meine auch Sie wieder haben. Ich freu nicht zu können, zu der in der Autohin. Nein.